Staatspreis Erwachsenenbildung, nominiert in der Kategorie Themenschwerpunkt 2015 Digital Literacy. Digital und Deutsch, ein Projekt des Vereins Frauen aus allen Ländern. Das Unterrichtsmodell Digital und Deutsch vermittelt Informations- und Kommunikationstechnologien in Basisbildungskursen, Deutsch als Zweitsprache und Alphabetisierungskursen für Frauen mit Migrations- und oder Fluchtgeschichte. Die Technologien werden von Beginn an zielgruppengerecht in den Unterricht integriert, die Inhalte werden gleichzeitig kritisch hinterfragt. Der Unterricht ist methodisch aktuell und vielfältig, Lernerinnen konzentriert und niedrigschwellig. Er ermöglicht die Entwicklung und Vertiefung von Kompetenzen im Umgang mit unterschiedlichen Technologien, Anwendungen und Inhalten im Internet und zwar für eine Zielgruppe, die in der Regel nur über sehr eingeschränkten Zugang zu solchen Angeboten verfügt.